Raubtier gesichtet Ja, das sind aber hier die, ne, das macht Das macht der schon Bretter hast du keine, auch nicht Eisenerz verkaufst du Ja Ist aber ein normaler Preis, ne Schwere Werkzeuge Ich bräuchte Bretter Hau ab Hau ab So Da hinten muss ich so langsam mal Gucken, dass wir da den Müll rauskriegen Die sind am fällen Gebäudelager ist voll Dann packt ihr doch da rein Dann packt ihr doch da rein Dann packt ihr doch Dann packt ihr doch ich brauche holz nützt alles nichts ich muss holz haben noch ein händler vielleicht hast du ja holz vielleicht hast du ja auch holz lehm backsteine habe ich auch nicht nichts gar nichts gar nichts werkzeuge die könnte ich kaufen das machen wir auch so dann habe ich nämlich da ein bisschen reserve wintermantel könnte ich verkaufen 30 stück mehr brauche ich mehr bohnen habe ich heute wo die kauf ich auch auf die kaufen wir auch getreide habe ich noch aber kein kein holz zum verrecken kein holz das geht mit ins lager kein holz absolut kein holz ich könnte ja getreide noch kaufen das mache ich auf 1 zu 1 das ist halt damit dafür kannst du nicht die haben so da tausche ich doch gerne ins lager wo ist denn jetzt mein getreide ich habe doch getreide gekauft oder nicht ich habe doch gerade getreide gekauft da ist es doch ab ins lager so raus damit ich wollte ja schon sagen das habe ich hier noch dass die katze behalten es sei denn du hättest vielleicht noch ein bisschen holz das würde ich ja noch nehmen aber dadurch dass du keins hast muss ich hier eine straße hin bauen so 9 9 9 habe ich noch einen freien arbeiter 8 sogar sehr schön geht hier nämlich auch noch eine reihe dann geht hier auch noch einer rein besser ist es hier fehlt immer noch das eisen das ist ja hat hier an wölfen rumeiert ein bogen hat dann aber keine pfeile sehr intelligente menschen so dass du bist auch der arbeitet der arbeitet wer ist leer sehr schön auch der ist kaputt auch nö auch nö entfernen entfernen immer noch rattenbefall ich hatte doch hier irgendwo wo ist mein rattenfänger du stehst genau in der grenze drin ne du stehst genau in der grenze drin was ist wenn ich hier bist du raus da raus da ja weg damit da draus muss raus 50 bretter fehlen uns 50 bretter kann aber einer hier schnell abreißen dann kann ich mich da einen rattenfänger hin bauen dann kann ich da einen rattenfänger hin bauen gold gold ist ein kleines problem einzel problem ich habe es eisen und bretter ne so gebäude in flammen raubtier gesichtet oh raubtier tot da packen wir auch noch einen rein du sollst das dinge abreißen das soll raus da muss ein rattenfänger rein so oh verbessern wir können die parks verbessern schön 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 das sollte man gleich mal gucken brennholz wird knapp möbelwerkstatt brauerei drei sechs sammlerhütte sammlerhütte wenn ich hingehe so ne und hier noch eine arbeiterhütte hin baue die dann nur holz fällt die dann hier nur das holz fällt so 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 müsste doch dann auch einigermaßen ne so mm resnaro dann bauen wir da zwei wagendinger hin Das sieht doch gut aus. Das ist doch fantastisch. Werkzeug. Was machst du? Du bist Töpferei, ne? Du bist Seife. Du bist auch Seife. Du bist Lager. Vier neue Dorfbewohner geboren. Sehr schön. Dich könnten wir verbessern, wenn wir 30 Bretter hätten. Dann machen wir das doch gleich. Wenn wir doch gleich ein Bretter haben, dann machen wir das doch. Oder nicht. Sägewerk. Sägeholz beliefert, sägeholz, das, das, das. Was? Ich glaube, hier werden wir auch noch ein Ding hinbauen. Ähm. Na, sag mal schnell. Bauen wir da noch einen rein. Den bauen wir auch da rein. So. Und dann konnten wir, den konnten wir verbessern, ne? Ja. Töpferei. Zägelei. Brennholz, spalterei. Gießerei. Ja, wenn man den, was fehlt uns denn da? Stadtszentrum auf Stufe 4. Da fehlt uns noch 25 Häuser. Großhäuser. Okay. Fängt Ratte. Das sind die Slums hier, ne? Kann das sein. Kann das sein. Ah, guck mal hier. Mein Hof ist fertig. Sehr schön. Da rein. So. Mein Hof ist fertig. Mein Hof ist fertig. Bitte was? Nahrungsvorräte. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Das hatten wir ja lang nicht mehr. Das hatten wir ja lang nicht mehr. Das hatten wir ja lang nicht mehr. Hier ist ja genug zu essen. Da ist der eine Reihe. Oh. Hast du? Bitte. Habholz. Habholz. Natürlich nicht. Dann kaufen wir den Fisch. Dann kaufen wir den Fisch. Dann kaufen wir den Fisch. Schuhe brauchen wir auch. Unterdurchschnitt. Wasser jetzt nicht mehrbecken. Dafür kaufst du mir davon. was anderes kann ich hier sowieso nicht geben anderes kann ich hier sowieso nicht geben kieserei nahrungsvorrägen ich kann noch gar nicht sagen ich habe so gerade erst eingekauft die habe ich doch gerade erst eingekaufen die seife muss hier auch nicht lagern die klamotten auch nicht alles dahinten lagern die ja das kann alles dahinten wobei der musste das vom links auch weiter holen die seife nicht die seife kann da hinten bleiben konserven der ist voll der ist auch voll sehr schön jetzt ist das schon mal anfang hier die klamotten wenn ich es noch ein zweiter händler käme mit sagt mal schnell Mit Holz, ne? Da kommen dann 39 Spindere aus dem Wald, ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es nicht. Müssen wir gleich machen. Erst den angreifen. Alle toren, oder wie? 13 Plünder, bitte was? Ach, die sind hier immer noch. Ja, jagt sie Leute, raus mit denen. Bloß raus mit denen. Einen habe ich verloren, sehe ich das richtig? Ich habe einen verloren. Oh, das ist ja genial. Ja. Also wenn natürlich, ne? Dann werde ich hier auch noch Türme hinbauen. Dann werde ich da auch noch Türme hinbauen. Lass mich mal gucken hier. Mit dem Handel, mit dem Handel. Plattenrüstung. Habe ich keine. Oh, Gewürze sind auch billig. Weg damit. Weife habe ich. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz. Ihr könnt auch eine normale Arbeit machen. Ein dritter Händler. Hast du Holz? Hast du Holz? Nee, aber Käse will zu haben. Dann nimmst du das. Fässer brauche ich nicht. Fisch habe ich. Wobei, könnte ich nochmal kaufen, ne? Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Dorf wurde geplündert. Jetzt bin ich mal gespannt. Plünderer getötet, 33. Dorfbewohner getötet, 2. Gebäude zerstört, 0. 9 Eisen, 36 Pfeile und 4 Bögen wurden geklaut. Ah, siehste. 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 Na, Mensch. So, und wir machen eine kleine Pause. Weil ich muss ganz dringend aufs Töpfchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. warned ich. Ich move alles. Vielen Dank.